Hi, hi, hi! André, come hi! Hi! Ich bin heute mal Medic. Heute Sweeper ich mal wieder ein bisschen wie ein Volltrottel. Hier ist ja niemand. Oh, oh. Sweeper, nicht Clown! Swiper, wow. Ja, okay, dann Swiper halt. Sweeper, Swiper! Ich bin gerade durch eine Granate richtig gegen eine Hauswand geklatscht. Ich hätte drei Leute geholt, Alter. Zwei nur. Abgelogen. Ich hätte nicht die Taube holen sollen. Wir hatten Stand Down. Aua, nein! Granateregel, yeah! Noob. Noob, noob, noob. Schön immer Sweepern, noob. Geil, noob. I don't know, I don't know, oh. Ich rette euch, Leute. Kannst du mich retten? Oh, oh. Ah, ich sterbe! Ja. Ich habe dich gerettet, dann fühle ich mich gut. Hier ein bisschen Heilung, Alter. Oh, da ist schon wieder tot einer. Aber ich kann ihn nicht retten. Oh. 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 Shit, 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 Alter. Richtig ätzend hier. Oh, nein, nein, nein! Zu viele Gegner. Konnte ich nichts machen, Ari. Tut mir leid. Alles gut. Tut mir so leid. Ich kann nicht spawnen. Was soll das? Hä? Ich habe das Symbol, dass ich die Taube aufgehoben habe. Ich kann nicht spawnen. Aber ich habe die Taube gar nicht. Ja, eben. Ja, aber ich kann sie nicht sehen, weil ich dieses Taube, also dieses, ich habe auch das Uhrenticken und sowas. Wie awkward. Ari ist verpackt. Ich bin richtig verpackt. Ich, äh, lass mich mal vom Gas töten. Ja, tut mir leid, Soldat. Ich habe einen Bug. Jo. Ich renne dann mal, ne? Tschüss, tschüss. Ich renne aber richtig weg, Alter. So, lass mich bloß in Ruhe. Kann ich mir rennen? Ich hoffe, der Bug ist jetzt weg. Na na na. Na 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 na. Nö. Ich schreibe immer noch. Okay. Erste Hilfe, greif zu! Lol, nein! Wie konnte ich denn noch die Stielkarnate töten? Wir haben die Taube war. Richtig dumm. Weißt du, was mich daran an... Niemand ist da. Ich krieg zu viel. Wo seid ihr denn? Was seid ihr für ein Squad, Alter? Du bist verletzt. Mein Gott. War auf dem Weg, aber bei mir tickt es die ganze Zeit im Kopf. Vorsicht oben. 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 Ah, ich wollte doch nur den Flaggen trägern. Haben wir sie oder ne? Weil im Haus sind ganz, ganz viele oben drin. Stirb, danke. Oh, gosh! Aber wir haben die Taube. Gut. Möden, Mann! Ich hab den Medik gegelt, ja! Immer noch drei Leute drin oder zwei. Ist mir egal, ich geh jetzt einfach runter. Komm mich mal... Ey, von hinten! Ist da keiner mehr von uns? Doch. Ich kann nicht retten. Also, rete mich. Rete mich, ja. Ich liebe dich. Oh, das ist aber schnellartig. Ich hatte noch nicht mal unser erstes Date. Rete mich. Ich bin schon wehig. Ja, das könntest du nach drei Jahren mal nachholen, ja? Rett doch. Danke. Ich bin mal verklickt. Ich habe mir das Schaufel geschlagen, statt zu retten. Das musst du dir mal vorstellen. Das ist mein Medicleben, Alter. Das ist mein Medicleben. Ja, ich kann mich immer nie entscheiden, ob ich jetzt retten soll oder töten. Das ist mein Problem. So, wir wollen jetzt. Ich gehe mal zur Taube jetzt hier. Hopp, hopp. Taube, defen, 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 defen. Ich bin noch 80 Meter weg. Taube, defen, 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 defen. Ja, wahrscheinlich, Junge. Stirb einfach nicht da in der Ecke, du blöde Nuss. Ja, sie fliegt, sie fliegt, sie fliegt. Sie ist geflogen. Das ist eine nice Nachricht. Eine Sache muss ich aber mal ganz kurz loswerden, ne? Dieses Ticken geht mir tierisch auf den Nerv gerade. Oh, ja. Oh, ja. Ich wollte gerade, ja, ich hab gefailt. Ich hab eine Granate geworfen und dann kam noch ein Medic und dann war ich überfordert. Ich bin der schlechteste Around. Dreck, Mann. Geschaufelt, Junge. Aua, warum brenne ich? Heilung! Wo kommt der denn jetzt her? Oh, wahrscheinlich. Da war keiner, als ich reingestürmt bin. Oh, oh, oh. Ich werd zum Super-Saya-Junay. Ich nehm die Shotgun, mir reiß es. Ich stand doch vor ihm. Warum klappt das denn nicht? Ich glaub, ich nehm ne andere Waffe. Ah, die hier. Wartet, wartet, Leute. Leute, wartet doch. Die hier. Die ist toll. Er ist nur voll in der Nebenbahn an. Das kann ich sehr gut. Ah, hinter uns. Hat die Waffe gewechselt. Ich konnte sie noch nicht richtig einsetzen, Mann. Mann, was soll ich denn alles machen? Ich werf ein Medikid. Ich will nachladen. Ich will Gasmaske aufsetzen. Und das ist alles Zeit in Anspruch. Und in der Zeit kommt dann immer irgendwer ein Kid mich. Grrrr. Werde ich auch mal zum Tiger. Zum Tiger? Ja. Hast du was da gewonnen? Nö. Ich bin da richtig am Verkacken, ne? Am Anfang war das noch so schön. Am Anfang lief es eigentlich relativ gut. Aber jetzt gerade? Eher so minus. Alles klar bei dir? Ja. Ist er da? Oder was ist er da? Er hat auf mich immer abzuschießen. Ich treffe auch nichts mehr gerade. Ich bin da richtig Aim-Bot, Alter. Aimless? Oder? Ja, Aim-Bot, Kappa. Kollege, warum... Leute retten und alle lassen frei. Ich krieg zu viel. Wir haben die Taube geboren. Kollege, ich komme. Ach, schon wieder. Du bist an ihm vorbeigelaufen. Ach so. Was hat mich jetzt abgeschossen da? Äh, von rechts. Da standen drei Leute oder so. Ja, ich bin immerhin rübergescharcht. Oh. Dann mach keine Kills mehr, Leute. Das ist vorbei einfach. Einfach vorbei heute. Klar. Ich liege zwei Meter. Ja. Ich bin gespawnt. Das ist gerätzt und bin missboren. Äh, gestorben. Ich bin verloren. Diese eine Taube werden wir doch wohl noch überbringen können, oder? Hm, glaub. Wer braucht Heilung hier? Wer braucht hier Heilung, Alter? Ich. Ich muss grad erst mal nachladen. Rätzt mich lieber nicht. Da stehen ein paar Leute. Wobei. Was? Was schon? Ich komm nicht hin. Ich laute, das kleidet quickly. Wo ist denn die jetzt hier? Ich muss da einfach hin, obwohl ich nichts sehe. Aber was muss ich halt tun? Fiegt denn da hinter nicht? Mann. Dann klopst du auf die Beine. Grrr. Wenn die jetzt noch gewinnen, dann weiß ich auch nicht. Ach, scheiße. Ich wollte noch weggrinnen. Ich wollte grad sagen. Das wär's jetzt noch. Das ist heute, Leute. Das ist echt heute, Leute. Heute, heute. Leute, Leute. Ja, wo ist jetzt die Taube? Taube? Das ist ruhig. Schießt alle nur mal so ein bisschen an. Ja, danach laden, bitte. Loll, 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 von was? Erste Hilfe, grad schub. Ich würd' gar jetzt vorankommen, danke. Okay. Kommen wir da durch? Geht doch, du doofkopf. Das gibt es nicht. Das gibt es nicht. Oh. Das wird jetzt eng, du. Das wird jetzt eng. Mann, Mann, Mann. Ich bin verwirrt. Ich auch. Was ist da passiert? Ich weiß, sind da mir gegenüber gewesen. Ich hab einen gemessert, wollte den einmal messen. Da hast du den aber gemessert, ey. Ja. Loll, ob genau das warnt jetzt die Taube, wirklich? Ob wir gerade gestorben sind? Ja. Nice, nice. Ach, wir haben echt ein Glück hier in dem Spiel, heute. Äh, wunderbar. Ey. Wie kann das sein, dass der überlebt, der Penner? Ich glaub, das war's. Ich weiß nicht, was ich machen soll, ne? Das ist ja die dritte Runde in Folge, die wir jetzt verlieren, ey. Das ist grauen. Als ob, ganz ehrlich, wenn das jetzt überbracht wird. Ja. Einmal, ich nur klar. Ist auch eingetötet, ja. 21, 17. Ja. Alle nur im Sterben irgendwie, Mann. Dummes Scheißspiel hat einer geschrieben. Und das beantwortet einer, haha, du Hurensohn. Was? Ja. Alter, aber guck mal, wie ausgeklickt das war. Guck dir das an. Ach, Mann. Wie eigentlich ausgeklickt das war. Wir haben jetzt jede Runde eigentlich verloren, ne? Ach, ja. Aber das Hund auf den Spaß an. Und den hatten wir, Leute. Hatten wir den Spaß dazu, ja? Bis zu einer anderen Folge. Tschüss. Ja, da bin ich. Ja?